Nachdenkseiten Die kritische Website Eine Niederlage, die die Welt verändern wird Ein Artikel von Alexander Neu Die Debatten zur bevorstehenden Frühjahrsoffensive der ukrainischen Sicherheitskräfte gegen die russische Armee zwecks Rückeroberung des verlorenen Territoriums laufen heiß. Überschattet wird diese Debatte um die Leaks eingestufter US-amerikanischer Dokumente. Da dieser Krieg ein mehrdimensionaler Krieg ist, mithin also auch ein Stellvertreterkrieg zwischen dem Westen und Russland, sollen in diesem Artikel die geopolitischen Implikationen der jeweiligen Niederlagen beleuchtet werden. Ungeachtet des Ausgangs der angekündigten Frühjahrsoffensive, Ob nun der definitive Showdown oder eine von vielen Offensiven der einen oder anderen Konfliktseiten, soll im Folgenden über die Konsequenzen einer Niederlage, die irgendwann eine der beiden Konfliktseiten erleiden wird, reflektiert werden. Dabei sollen nicht die Niederlagen bzw. die diversen Formen der militärischen Niederlagen der Ukraine oder Russlands auf dem ukrainischen Schlachtfeld thematisiert werden. Diesen Aspekt habe ich bereits in einem Nachdenkseitenbeitrag mit dem Titel »Was heißt Sieg oder Niederlage für Russland versus für Ukraine und den Westen?« Eine Analyse, im Februar beleuchtet. Im Schrifttext ist der Artikel an dieser Stelle verlinkt. Der Sieg der einen Konfliktseite ist die Niederlage der anderen Konfliktseite auf dem Schlachtfeld. Absolut oder in diversen Abstufungen, wie ich es dort ausgeführt habe. Da dieser Krieg ein mehrdimensionaler Krieg ist, mithin also auch ein Stellvertreterkrieg zwischen dem Westen und Russland, vielleicht auch Chinas und anderen Staaten des globalen Südens, sollen die geopolitischen Implikationen der jeweiligen Niederlagen beleuchtet werden. Ohne Anspruch auf Vollständigkeit zu erheben, da die Wirklichkeit nie in klaren Kategorien wirkt. Szenario 1 Russlands Niederlage Verlöre Russland den Krieg gegen die Ukraine und somit gegen den Westen, so wäre eine ganze Kettenreaktion von Konsequenzen für Russland und darüber hinaus denkbar. Ja, sogar in dem einen oder anderen Fall wahrscheinlich. Erstens würde sich zeigen, dass Russland nicht einmal eine sogenannte Regionalmacht ist, um es mit den Worten Barack Obamas zu benennen. Denn Russland erwiese sich als unfähig, einen Staat unmittelbar an seiner eigenen Grenze militärisch zu besiegen. Einmal von den diversen Unterstützungsmaßnahmen der NATO abgesehen, die tatsächlich bislang das militärische Überleben der Ukraine absichern, zwar zu einem enorm hohen menschlichen und infrastrukturellen Preis, würde dieses Bild eines russischen Riesen auf tönernen Füßen vorherrschen. Mit diesem Image als nicht einmal vollwertige Regionalmacht könnten sich Staaten im post-sowjetischen Raum, wie dem Kaukasus und Zentralasien ermuntert sehen, neue Partner vornehmlich im Westen zu suchen. Selbst wenn diese Staaten keinen eigenen Antrieb auswiesen, sich neue Partner zu suchen, könnten sie genötigt werden, sich dem Sieger des Ukraine-Krieges anzunähern. Weißrussland wäre vermutlich der erste Kandidat, der in der euroatlantischen Sphäre aufginge. Mehr noch, die bislang mehr oder minder latenten Separatismus-Phänomene, Stichwort Tschetschenien, insbesondere in der Kaukasus-Region, könnten wieder Auftrieb gewinnen. Der starke Mann Tschetscheniens, Ramzan Kadyrov, ist zwar noch ein treuer Gefolgsmann Putins. Angesichts dieses besonderen Loyalitätsverhältnisses genießt Tschetschenien eine, im Vergleich zu den übrigen föderalen Subjekten, herausragende Autonomie innerhalb der russischen Föderation. Jedoch könnten bei einer russischen Niederlage die innerrussischen Karten neu gemischt werden. Dass ein solches Szenario nicht abwegig ist, zeigt die Flexibilität des Vaters und Amtsvorgängers von Ramzan Kadyrov, Ahmad Kadyrov. Dieser rief 1994 im allgemeinen Schwächezustand der russischen Staatlichkeit unter Boris Yeltsin den Dschihad, also den Heiligen Krieg, gegen Russland aus. Später, 1999, wechselte er die Fronten und wurde 2003 zum Präsidenten des russischen Föderationssubjektes Tschetschenien. 2004 starb Ahmad Kadyrov bei einem Anschlag. Insbesondere das enge Loyalitätsverhältnis zwischen Ramzan Kadyrov und Putin sichert den Bestand Tschetscheniens in der russischen Föderation. Was aber, wenn Russland den Krieg und somit auch die Autorität im eigenen Haus verliert? Zumal auch das politische Überleben des gegenwärtigen russischen Präsidenten Wladimir Putin dann mehr als fragwürdig erscheint. Selbst wenn Ramzan Kadyrov loyal zur russischen Staatlichkeit stünde, heißt das nicht, dass Kadyrov seine Macht dauerhaft sichern könnte. Wenn sein bisheriger Schutzgarant Putin wegfiele. Mit einem erneuten Aufbrechen eines Bürgerkrieges in Tschetschenien könnte ein separatistischer Domino-Effekt entstehen. Zunächst in den föderalen Subjekten des Kaukasus und gegebenenfalls darüber hinaus bis hin zur Dismembration der russischen Föderation. Und tatsächlich wird in westlichen Redaktionsstuben und vielleicht auch Thinktanks und politischen Organisationen über die Zerschlagung der russischen Föderation spekuliert. Die Aussage des US-amerikanischen Verteidigungsministers Austin, wir wollen, dass Russland so weit geschwächt wird, dass es zu so etwas wie diesem Einmarsch in die Ukraine nicht mehr in der Lage ist, offeriert sehr viel Interpretationsspielraum. Diese Aussage muss nicht als der Wille zur Zerschlagung Russlands interpretiert werden, kann aber auch nicht ausgeschlossen werden. Oder zumindestens als nette Nebenwirkungen nicht unwillkommen sein. Andere westliche Akteure reden da bereits Klartext unter dem Begriff Decolonizing Russia. So veröffentlichte das US-amerikanische Magazin The Atlantic am 27. Mai 2022 einen im Schrifttext verlinkten Beitrag mit dem Titel Decolonize Russia. Darin wird von kolonialen Besitztümern des Kremls gesprochen und namentlich Tschetschenien, Tartastan, aber sogar Sibirien und die Arktis erwähnt. Der Autor Casey Mitchell fordert, der Westen müsse das 1991 begonnene Projekt, gemeint ist die Auflösung der Sowjetunion, zu Ende führen. Weiter, der Kreml müsse sein Imperium verlieren, um das Risiko weiterer Kriege zu vermeiden. Womit gedanklich an Austins Forderungen der Schwächung Russlands zwecks Verhinderung seiner Kriegsfähigkeit angeknüpft wird. Inwiefern diese Forderungen im politischen Washington diskutiert werden, zeigt sich an einem im Schrifttext verlinkten Online-Briefing unter dem Titel Decolonizing Russia – A Moral and Strategic Imperative, veranstaltet am 23. Juni 2022 durch die sogenannte Commission on Security and Cooperation in Europe, auch bekannt als US-Helsinki-Kommission. Einer der Panelisten war der oben bereits erwähnte Casey Mitchell. Diese Institution ist nicht irgendein Think Tank oder eine regierungsseitig finanzierte NGO. Es handelt sich hierbei um eine staatliche bzw. eine Regierungskommission, deren Mitglieder nahezu vollständig aus den beiden US-Kongresskammern, dem Senat und dem Abgeordnetenhaus entsandt werden. Sie werden vom US-Präsidenten, dem US-Außenministerium, dem Pentagon, also dem US-Verteidigungsministerium, dem Handelsministerium und den Präsidenten des US-Senats sowie dem Sprecher des Repräsentantenhauses bestimmt. Die US-Helsinki-Kommission beschreibt ihren Charakter als eine, Zitat, unabhängige US-Regierungskommission, welche amerikanische nationale Sicherheit und nationale Interessen voranbringt, durch Förderung von Menschenrechten, militärischer Sicherheit und wirtschaftlicher Zusammenarbeit in 57 Staaten, Zitat Ende. Die US-Kommission versteht sich somit als selbstmandatierter Hüter der OSZE und deren Ziele, ist mithin kein OSZE-Organ. Und diese Kommission debattiert ernsthaft über die Zerlegung Russlands. Dass diese Diskussion über die Zerschlagung der russischen Staatlichkeit Moskau nicht verborgen bleibt, versteht sich von selbst. So verkündigte Russland jüngst eine aktualisierte außenpolitische Strategie, in der der Westen als existenzielle Bedrohung für Russland qualifiziert wird, sowie die Absicht, die Dominanz der Vereinigten Staaten und anderer unfreundlicher Länder in der Weltpolitik zu beseitigen. Die Niederlage Russlands würde einen Prozess beschleunigen und intensivieren, der für Russland ein zentrales Motiv für den Krieg gegen die Ukraine darstellt. Erstens die fortgesetzte NATO-Erweiterung, auch weiter in den post-sowjetischen Raum hinein. Und zweitens würde die Ukraine zu einem hochgerüsteten antirussischen Bollwerk mit dem Image, Russland besiegt zu haben, ausgebaut. Westliche, vor allem US-amerikanische und polnische Truppen würden direkt an der Grenze Russlands stationiert werden, ein für Russland dauerhaftes Trauma. Bereits jetzt hat sich die NATO mit der Aufnahme Finnlands um weitere 1300 Kilometer an der russischen Grenze erweitert. Szenario 2 Niederlage der Ukraine Die Niederlage der Ukraine wäre auch angesichts des Stellvertreterkrieges eine Niederlage des Westens. Es hätte massive Auswirkungen auf das Image der USA als Supermacht, der NATO als größte und mächtigste Militärallianz der Menschheitsgeschichte, der EU als europäisches Integrationsprojekt und der Ambition unter Führung der USA, ein Junior Global Player zu sein. Es hätte Auswirkungen im Verhältnis der europäischen, insbesondere der osteuropäischen Staaten zu Russland. Auch wenn die NATO- und EU-Mitgliedstaaten angesichts des Krieges näher zusammengerückt sind, muss es kein Dauerzustand werden. Diese beiden internationalen Regierungsorganisationen bestehen aus Nationalstaaten mit eigentlich auch jeweiligen nationalen Interessen. So schert beispielsweise Ungarn immer wieder aus dem Chor aus und unterhält bilaterale Sonderbeziehungen mit Russland. Wie jüngst mit der Sicherung zusätzlicher Energieströme, was von den westlichen Partnern nicht mit Wohlwollen zur Kenntnis genommen wird. Doch im Einzelnen. USA Der relative Machtverlust der USA im globalen System würde beschleunigt. Nicht zuletzt dürfte der fluchtartige Rückzug der USA aus Afghanistan im Jahr 2021 dazu beigetragen haben, dass die USA als kein zuverlässiger Schutzfaktor mehr wahrgenommen werden. Der Einfluss der USA selbst auf historisch Verbündete wie Saudi-Arabien nimmt bereits jetzt ab. Saudi-Arabien scheint sich auf Verhandlungsinitiative Chinas mit dem Iran auszusöhnen. Und plötzlich ist der Frieden für den Jemen möglich. Syrien und das NATO-Mitglied Türkei nähern sich unter russischer Vermittlung wieder an. In beiden Fällen spielen die USA nicht nur keine Rolle, sondern die Vermittlungen unterlaufen sogar die geopolitischen Interessen Washingtons. Die OPEC hat kürzlich beschlossen, die Fördermengen, wie von den USA gefordert, nicht zu erhöhen, sondern wie von Russland gewollt abzusenken. Die Dedollarisierung, also der Abbau der Nutzung des US-Dollars für den internationalen Handel, nimmt immer schnelle Reformen an. Immer mehr Staaten finanzieren ihren bilateralen Handel mit ihren Nationalwährungen. Das Zahlungssystem SWIFT erhält perspektivisch Konkurrenz, sodass die nicht-westliche Welt künftig sich dem Sanktionsdruck der USA auch in diesem Bereich immer mehr zu entziehen vermag. Womit das inflationär verwendete Schwert der US-Sanktionspolitik zur Disziplinierung unbotmäßiger Staaten an Effektivität verlieren wird. Mit diesen Maßnahmen schwinden die Einflussmöglichkeiten und gleichsam die Einnahmen der USA, womit sich mittelfristig die Frage stellen wird, ob die USA ihre Militärausgaben von 858 Milliarden US-Dollar im laufenden Haushaltsjahr 2023 weiterhin stemmen werden können. Ob sie die nahezu 1.000 US-Militärstandorte auf den diversen Kontinenten, mit denen die USA ihre militärische Macht projizieren, weiter unterhalten können. Etc. etc. NATO Dieser US-amerikanische Machtverlust wirkt sich unmittelbar auf die Kohärenz der NATO aus. Es setzen sich vermutlich zentrifugale Kräfte frei, da das Image der NATO, die diesen Krieg selbst zum Schicksal ihres Seins erklärt hat, als wirkmächtigste Militärallianz in der Menschheitsgeschichte effektiv beschädigt wäre und so dann eine nie dagewesene Legitimationskrise erzeugte. Wenn 31 Mitgliedstaaten mit einem Militärbudget von über 1,175 Billionen US-Dollar, davon allein die USA mit 801 Milliarden US-Dollar und einem Gesamtbib von nahezu 40 Billionen US-Dollar, im Vergleich zu Russland mit einem Militärbudget von 66 Milliarden US-Dollar und einem Bib mit vergleichbaren mageren 1,8 Billionen US-Dollar, alles stand aus dem Jahr 2021. Wenn diese 31 Mitgliedstaaten eine Niederlage einfahren, dann hinterlässt dies einen katastrophalen Eindruck auf den Rest der Welt. Europäische Union Die EU, die sich derweil zunehmend an den USA ausrichtet und sich den US-Vorgaben bereitwillig fügt, müsste sich angesichts einer westlichen Niederlage im Sinne des Aspektes einer echten europäischen Souveränität wohl neu erfinden, will sie nicht in die absolute Bedeutungslosigkeit stürzen. Vielleicht würden im Falle einer Niederlage die Vorstellungen des französischen Präsidenten Emmanuel Macron von einem selbstständigeren Europa dann doch auch konstruktive Debatten in den übrigen europäischen Hauptstädten und in Brüssel entfalten, statt sie durch gesinnungsethische Reflexe als quasi Hochverrat zu brandmarken. Sollte der künftige US-Präsident wieder Donald Trump heißen oder jemand von seinem Typus, müsste diese Debatte in Europa ohnehin Nolens-Wolens als bald geführt werden. Für ein souveränes und selbstständiges Europa sein heißt nicht gegen die USA sein. Es sei denn, man betrachtet alles jenseits der Unterwerfung unter die USA als anti-amerikanisch. Dass es solch unterkomplexes Denken gibt, zeigen die gegenwärtigen Reaktionen auf Macrons Äußerungen. Russland würde als Sieger hingegen vermutlich bestrebt sein, entweder die EU zu zerlegen und zu den europäischen Staaten jeweils bilaterale Beziehungen gemäß den russischen Interessen aufzubauen, oder aber sich die EU gefügig zu machen, um einen unfreundlichen Akteur dauerhaft auszuschalten. Eine EU ist weder unter US-amerikanischer noch unter russischer Führung für uns Europäer wünschenswert. Unsere Interessen sind bei seriöser Betrachtung weder mit denen Russlands noch mit denen der USA deckungsgleich. Fazit Der Epochenwandel von der unipolaren westlichen hin zu einer multipolaren Weltordnung wird durch eine kriegerische Unordnung begleitet. Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine und der damit einhergehende Stellvertreterkrieg sind eindeutige, zwar nicht zwangsläufig, jedoch erwartbare Symptome des Epochenwandels. Zugleich manifestiert und beschleunigt der Krieg den Epochenwandel. Selbst wenn Russland den Krieg mit all den oben genannten möglichen Konsequenzen verlieren sollte, scheint mir der Entwicklungsprozess hin zu einer neuen multipolaren Weltordnung, in der China und der globale Süden als Kraftzentren die internationale Ordnung mitgestalten werden, unaufhaltsam. Eine Niederlage Russlands würde sicherlich den Transformationsprozess verlangsamen und vor allem China in eine schwierige Situation bringen, da der große Partner im Norden, also Russland, wegfiele. Ein zerlegtes oder gar pro-westliches Russland stellte für China das Worst-Case-Szenario in den Geo-, Sicherheits- und Energiepolitischen Entwicklungen dar. Der Westen würde im Falle einer Niederlage in atemberaubendem Tempo an globaler Macht einbüßen. Internationale Regierungsorganisationen, die aufgrund westlicher Blockade sich den neuen Machtverhältnissen nicht anpassten, würden durch neue internationale Foren und Institutionen unter Führung der BRICS-Staaten marginalisiert. Schon jetzt sind die G20 relevanter als die G7. Schon jetzt wenden sich mehr Staaten aus allen Kontinenten dem BRICS-Format zu. Beide Maximalziele, die mögliche Zerschlagung der russischen Staatlichkeit auf der einen, sowie die sogenannte Beseitigung der westlichen Dominanz auf der anderen Seite, zeigen zwei Dinge. Erstens, es handelt sich, wie kritische Beobachter von Anfang an feststellten, eben nicht nur um einen ukrainisch-russischen Regionalkrieg, sondern auch und vor allem um einen geopolitischen Weltordnungskrieg zwischen dem Westen und Russland und gegebenenfalls weiteren Staaten der nicht-westlichen Welt. Und zweitens, die Entschlossenheit beider Seiten wirken wie zwei aufeinander rasende Züge, bei denen jeweils die Bremsen zuvor mit Absicht ausgebaut wurden, um der Gegenseite die eigene Entschlossenheit zu demonstrieren. Keine gute Perspektive für den Weltfrieden. Bei Russland geht es in diesem Konflikt als Minimalziel, um die Sicherung des Status als Großmacht, sowie dem Anspruch, dass seine Sicherheitsinteressen und somit seine staatliche Existenz berücksichtigt werden. Maximal um die Beseitigung der westlichen Globaldominanz und, wenn möglich, die Kontrolle über den post-sowjetischen Bereich und über Europa. Für den Westen geht es um das Anhalten und bestenfalls Zurückdrehen der Uhr in Richtung der von den USA geführten unipolaren Weltordnung. Mindestens aber um das staatliche Überleben der Ukraine und ihrer wie auch immer gearteten Anbindung an EU und NATO. Die Realität einer Niederlage für die eine oder andere Seite wird jeweils irgendwo im breiten Spektrum liegen. Quellenangaben und weiterführende Verlinkungen finden Sie im Text auf www.nachdenkseiten.de oder im Beschreibungstext unter dem YouTube-Podcast. Dieses Audio konnte nur entstehen, weil zahlreiche Leser und Leserinnen die Nachdenkseiten fördern und durch Spenden unterstützen. Wenn Sie auch etwas tun wollen, klicken Sie einfach den entsprechenden Button auf unserer Website an. Übrigens, Sie können uns auch bei iTunes, Soundcloud und YouTube hören und wenn Sie mögen, gerne unseren Kanal abonnieren und eine positive Bewertung für uns abgeben. Wir freuen uns über Ihre Unterstützung und die Weiterverbreitung unserer Inhalte. von der Mitleid Untertitelung des ZDF, 2020